Liebe Publikum, ich möchte gar keine großen Worte verlieren. Ich biete euch einen herzlichen Applaus für unsere Tagpartition. Musik ab und ein Marsch! Musik 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 Ich darf sie Ihnen vorstellen, zum fünften Mal als Tanzmanischen auf der Bühne, 14 Jahre jung, unsere Lena Marie Trauch. Und vielleicht zum fünften Mal als Tanzmanischen auf der Bühne, unsere Prinzessin, Emily Meustlein. Und Emily von unserer Elferwältin, Alexandra Maurer. Also, bevor ihr das Wort bekommt, bekommt ihr natürlich auch von uns eine Kleinigkeit und es geht mal um die Trainerinnen. Und zwar gibt es einen Gutschein vom WM, ich glaube, da können wir beide gut was damit anfangen. Und jetzt wollt ihr was haben, glaubst du? Ja, genau. Ah, sprach. Ja, wir wollen uns achten und bedanken, ich habe es recht mit dir in der Marie, wenn ich sage, dass das Training wirklich immer Spaß macht. Und wir hoffen, dass es achten und unten Spaß macht. Und dass wir es noch ganz lang machen können. Und wir können nicht entstehen ohne Lisa und Alex und deswegen bedanken wir uns ganz herzlich. Auf unsere Tanzmanischen und ihre Trainerinnen ein dreifach kräftiges Probe! 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 So, dann bekomme ich einen Ausmachstunden Trainer, bitte. Und Musik ab für die Zugabe! Ja! Okay! Ja! Echt, ich werde den Winde, denke ich, ich bin mal ab Ich hab meine Tische, Guck und Fertilaster Alle blauen, müssen wecken, heute noch blau Tieren, der Takt ist, bin das, wissen wir uns genau Wir tanzen, wo wir stehen, wir feiern wie noch nie Wir tanzen, wo wir so Rocky Rocky Oh, 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 oh Wir tanzen, wo wir treiben Wir tanzen, wo wir treiben wie viel Wir sind heute schon ganz freundlich, wir sind egal. Wir sind egal. Untertitelung des ZDF, 2020